... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haufen, nie das terrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbrühen... Ich setz Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolst des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zug gebracht haben, Wurden zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das Militärme der Aktion in Lübe hielt! Es hat mich geben nur, dass ich Picken widersteckt! Ich hab's weggelegt! Ich hab's gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch hab ich allein, allein aus mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem ein Veranen bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, dürfen Sie sich bewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Was ist erscheinbar! Denn Sie brauchen ein Verrückter und ein Sharp! Vielen Dank.